...herrlich, wundervoll, wundervoll! Sieht sich, sie hat sie mir getan, deine Mutter! Komm her! Hallo, ich komm her! Du sollst ja den Lohn haben, ich will den Königin belohnen. Ich will dir alles geben, was dein Herr begehrt, das wir zu haben, springt! In einer Silberschütze, für gewiss noch, in einer Silberschütze. Sie schreiben nicht, was ist, dass du in einer Silberschütze haben möchtest. Oh, siehste, schöne Salomir, du, die Schöne ließ, bei deinem Töchner Judäa. Was soll sie dir in einer Silberschütze bringen? Sag es mir, warte doch, sei nach, du träumst in der Heimat, du, meine Reichshütze, für gewiss noch, in einer Silberschütze. Sie schreiben nicht, was ist es, dass du haben möchtest, Salomir. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020